Warte, 32 Counts, 2 Rollen, 2 E-Satz in der früchten Normen und in der 10. Normen noch 17 Counts. So wie steht das? Wir anfangen an mit der ersten Normen an 7, 8. Side, Dip, Point, Touch, Side, Dip, Point, Touch. Die nächste Normen an Kanzeln, Schritt vor, Kipp, Rück, Kipp, Vor, Rück, Kipp. Die nächsten Normen sind Side, B, Rein, Vier, Kipp, Side, B, Rein, Side, Dip. Und die letzten Senden modifizieren den Hummerpuls. Side dazu, vor Dich, Side dazu, vor Dich. Jetzt geht es. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stepmom in die Nummer 2, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 3, 3, 8, 5, 7, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 11, 6, 7, 8, 10. Vielen Dank.